Ja, hallo, froh Wies-Freunde, YouTube-Kanal Kregel79. Sonntag, der 18. Juli, stellt euch folgende Situation vor. Ihr seid einige Tage in der Südschweiz gewesen, im Tessin, so wie wir. Kommt nach Hause Sonntag, Nachmittag, und dann macht man dann mal die Post auf. Und dann findet man das hier. Also das hier ist das Kuvert, schön angeschrieben, tiptop. Habe ich gesehen, ah, Herkingen, ja, Briefzentrum, okay. Und dann kommt das hier. Beste Wünsche aus dem flachen Seeland. Habe ich mal überlegt, ja, was ist denn da? Tada! Kregel79, du bist einfach ein Hammermann. Kameradschaftliche Grüsse, Beat. Dann geht es hier weiter. Herzlichen Glückwunsch zum 42. Geburtstag. Kregel von Beatrice in Schwadernau. Ich hatte am Montag, am 12. Juli, also letzten Montag, hatte ich meinen 42. Geburtstag. Den haben wir noch gefeiert zu Hause. Also zuerst mussten wir noch das Ökohäu einführen und dann haben wir das gefeiert am Abend. Wurde noch ziemlich spät. Und am Dienstag sind wir dann abgefahren mit unserem Wohnmobil und sind in die Südschweiz geflüchtet. Der Regen, dem Regen und der nassen Kälte sind wir etwas entronnen. Im Dessin war es wesentlich besser. Nicht immer ohne Regen, aber ein Stück wärmer. Und gestern hatten wir sogar einen Hitzetag und noch eine Tropennacht auch noch erlebt auf heute. Also wir hatten es wirklich schön. Und wie schon gesagt, also der liebe Beatrice aus Schwadernau in Berner Seeland hat mir eine Gratulationskarte geschickt. Das hat mich riesig gefreut, wirklich. Herzlichen Dank, Beat. Ja, freut mich, wenn ich da Post bekomme. Das ist ja unglaublich. Auf den Geburtstag, dank meinen Filmen. Ja, herzlichen Dank. Dieser Film gilt vor allem, Beat, dir. Danke dir. So wie ich das lese, er hat hier hinten drauf noch etwas geschrieben. Ja, stets begeistert von einem YouTube-Beiträgen, von der Art und Weise, wie du Landwirtschaft betreibst, dass du Trieb und Castro unter einen Hut bringst. Ja, ihr könnt es ja selber lesen, oder? Er ist pensioniert. Ich denke, er hat, also so wie ich das lese, hat er selber auch einen Betrieb geführt, nehme ich mal an. Weiss nicht, Beat, ist das so? Du kannst es ja mal noch unten in die Kommentare reinschreiben. Ja, also. Das war es. Ganz herzlichen Dank, Beat, nochmals, dir persönlich über YouTube. Freut mich, wenn meine Beiträge gefallen. Gut, habt einen schönen Abend. Tschüss zusammen.